Das ist ein Lieberziel. Und zwar geht es darum, dass wir uns auch ständig irgendwo nach einer Suche befinden. Wir suchen nach irgendwas, was auch ein Ziel ausmacht. Wir wollen immer irgendwo in der Nähe schniffen. Das ist das, was ich sage. Man sucht manchmal da, woher es eigentlich nicht richtig ist. Man sucht ja nicht in der Nähe. Manchmal findet man das, was man sucht, auch direkt im Buch sucht. Deshalb habe ich das. Die Freunde zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber auch die Liebe. Oh, L'Amour. L'Amour. Deshalb wieder sein. Ein erstes, glaube ich, dieser Jabaro-Technisch-Erstes-Liebes-Lieb. Das hast du mir vorher gar nicht gesagt. Das ist unser erstes Lied. Es geht um andere Reise. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. Und nicht zu vergessen, an Nussport wollen Sie den Christoph Zweige, vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön, 최고! Applaus 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 ZANG EN MUZIEK 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020